Auf Wettli, Adrian Wettli, die Leihgabe des HC Kloten, was für ein Pass und das ist die Führung für den HC Zurgau. Klasse Pass von Adrian Wettli, welch eine Übersicht um Patrick Spannring. Das kam jetzt aus dem absoluten Nichts. Immerhin darf er die Playoffs bestreiten mit dem HC Zurgau. Jetzt aber der SC Langenzahl, ideal gespielt und das ist der Ausgleich. Eric Himmelfarb, ja gibt's denn das? Zwölf Spiele bislang, noch kein Treffer und ausgerechnet in den Playoffs trifft der 38-Jährige zum 1 zu 1 Ausgleich. Und das ist die Chance hier für Robin Niffeler und die Scheibe ist drin. 2 zu 1 für den SC Langenzahl. Da war auf einmal Robin Niffeler drin in der Zone der Zurgauer und diese Chance lässt er sich nicht nehmen. Aber Glück, dass da der Langenzahler verpasst. Jetzt Kontermöglichkeiten. Aussennetz von Losli. Wo ist die Scheibe? War doch drin und so ist es. Das ist der Ausgleich. Jan Mosimann mit dem 2 zu 2 Ausgleich. Postwendende Antwort des HC Thurgau. 25. Spielminute. Thurgauer können sich nicht befreien. Sektor Quazzo. Schlinge zieht sich zu und da ist das 3 zu 2. Eroelo mit dem One-Timer ins Glück. Ja da zog sich die Schlinge immer mehr zu. Fabio Clay hat da den Screen vor dem Tor und das ist einfach klasse gespielt von den Oberagauern. 4 zu 2. Fabio Clay auf Dario Kummer. Und das Tor, das war dann einfach leer, weil so gut herausgespielt. TJ Brennan. Brennan und was für ein Tor. TJ Brennan mit dem 3 zu 4. Ja das ist dann eben die Extraklasse von TJ Brennan. Dem torgefährlichsten Verteidiger der Liga. Was heisst denn Verteidiger, wenn man ihn so sieht? Das kann nur fast ein Stürmer sein. Wils aber gegen Clay. Clay setzt sich durch und da ist einer ganz frei. Und das ist das 5 zu 3 für den SC Langenthal. Sektor Quazzo mit dem fünften Treffer für die Oberargauer. Da waren zu viele Grüne hinter dem Tor und Sektor Quazzo ging da ganz vergessen.